Moin und herzlich willkommen zu eurem Unterhand-Showdown. 1896, man sieht es hier an der Map, unterwegs bin ich mal wieder mit Mr. Hyde und wir gucken mal wie wir hier klappen. Oh Gott, was ist hier los, was ist hier los? Ich hole mir den Ammo. Ich habe ja irgendwie gehofft, dass wir auch mehr Westernstädte machen. Aber dass immer gleich alles brennen muss. Bleib liegen. Ich habe jetzt 15 Punkte, wie fährst du? 15. Ich meine sogar, dass ich weniger Punkte insgesamt habe als du, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich gerade nochmal geguckt, weil die Freischaltung, das war gar nicht vom Event. Ich weiß gar nicht mehr. Was hattest du? Ich habe 396 oder so von 1000. Okay. Ich habe überhaupt 400. 500. Ja. Aber du bist ja auch schon einmal rausgekommen vorher. Ja, genau. Du hast schon einmal extraiert. Ja. Und das habe ich nicht. Und zwar ein Spiel mehr, aber das war halt ein Totalversagen. Ich habe vergessen, meine Ausrüstung wieder aufzufüllen. Ich auch. Hier war meine erste Runde. Hier habe ich gestorben. Weiter. Ah, scheiß Hunde. Habe ich nichts für dabei. Bisschen viele Hunde, muss ich sagen. Ja. Da drüben ist ein Pferd. Obwohl das Pferd kann man ja totwerfen zur Not. Wo sind wir denn hin? Da. Zum anderen Pferd. Kein Sperr mehr. Ach ja, da liegt der Sperr, der wurde ja schon mitgenommen. Da drüben ist ein Hund. Da. Ich habe gerade gedacht, was versteckt sich da? Kein Wunder. Ja. Ja. Ja, da ist natürlich auch der Clou. Ja. Fährt tot. Oh nein. Scheiße. Natürlich auf den eingeschlagen, der schon tot war. Was ich noch nicht entdeckt habe, ist sowas wie Kassen. Ne. Ich auch noch nicht. Guck mal, hier sind wir gerade eben rausgekommen. Hier haben wir schon mal gute Erfahrungen. Sehen. Da. Aber man kann hier hochlaufen, krass. Ja. Sag ja. Also hier wird es irgendwann bestimmt spannende Kämpfe geben. Um und drüber und... Mal gucken. Bisher hat sich zum Glück noch nicht so viel in diesen Tunneln abgespielt, wovor ich ja so ein bisschen Angst hatte. Das ist so ein reines Tunnel-Spielwirt mit Shotguns. Oder Katana. Ja. Das ist schon wieder Hunde, Alter. Mhm. Ja, in den Nordstaaten sind Hunde scheinbar beliebt. Krass. Also man kann es nicht anders sagen, die Map ist schon schön. Jo. Auf jeden Fall. Boah, hier ein Ruckler. Mein Gott. Ey, die habe ich tatsächlich nicht, die Ruckler. Ich hatte eben auch... Plötzlich stand ich vor dem Zombie, wo ich hinlaufen wollte. Gehen wir halt hier durch. Ja, den Compound nehmen an denke ich. Mhm. Ich habe noch keine Geldsäckchen gesehen. Ne, stimmt. Auch kein Geldsäckchen gesehen bisher. Wahrscheinlich auch vergessen. Also am Wagen könnten wir uns eigentlich noch einen Trade holen. Irgendwas. Oder irgendwas anderes. Mhm. Ja, und die Items auffüllen. Ja. Das hat mich natürlich überhaupt nicht... Warst du das? Oder ist der einfach so durchgelaufen? Ne, da ist noch einer gestorben. Oder will ich mir das ein? Ist der nicht der Story gelaufen? Ja. Der Zombie ist der Story gelaufen. Aber ich dachte, der wird nachher noch einer umgekippt. Aber nö. Das wird wohl ein und dasselbe Zombie gewesen sein, ne? Ja. Komm, wir gehen das zu wagen. Ja. Guck mal, da oben steht ein Lock, die habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Oha. Oha. Ja. Schöne Hütten. Ah. Die zweite Kamerung angeleckt. Ätzend. Da muss ich mal gucken, ob ich doch noch irgendwas anderes runterschraub, damit die Lecks aufhören. Ich weiß nicht was, weil Ping und so, das ist alles super. Der ist bei 18. Ja. So, was haben wir denn hier? Wildnisschuhe. Guck mal, das ist es. Und leichtfüßig bekommt man, ne? Da kriegt man Friedenswächter. Friedenswächter war ja das letzte Mal cool. Da konnte man doch andere wieder... Ja, ich hätte mir das durchlesen sollen. Ja, ich nehme mal Friedenswächter. Dann nehme ich mal den anderen hier. Was hab ich jetzt tatsächlich? Ja, so leichtfüßig, da ist ja ganz was anderes. Du kannst sprinten, während du vorbereitete... Ah! Bei Friedenswächter wird nur ein, wenn ich ein Jäger plündere, Gesundheitsblock regeneriert. Ja, genau. Richtig. Das ist halt cool. Friedenswächter war schon immer irgendwie so ein am Leben halter. Ich kann jetzt auch mit gezogenen Waffen, beziehungsweise in Anschlag Waffen rennen. Wobei geht das auch bei Gewehren? Ne. Ja. Das war bei Speer und so geht das. Oh, wir sind ja schon da. Achja. Scheiße. Ist im Keller, ne? Oder irgendwie sowas. Ich hab keine Ahnung, ich kenn mich hier nicht aus. Ja, aber die Schattensicht sagt nach unten. Okay. Aber kann natürlich auch dahinter runter gehen, ne? Das ist ja doch... Vieles hier mit Höhen. Ja, kann sein, dass es hier runter geht. Scheiß-Zombie musst du da jetzt gerade gucken, ne, wenn man da übern Zaun guckt. Verrät der uns natürlich. Ja, dann komm her, damit ich dich schütten kann. Nein, jetzt fliegt hier bei mir eine echte Mücke. Was ist denn das? Da unten. Wo geht's drüben? Da drüben. Und wieder Leck. Scheiße. So, Luni hat Sicht. Ich kann natürlich auch kurz warten, ob die anderen auch kommen. Ja, das sind die anderen. Glaub ich. Unsere haben noch nicht aufgenommen. Ach so. Stimmt. Geil. Unter dem Clou sind Dosen. Aber davor auch okay. Vielleicht sind das die... Wir werden sterben. Hier liegt ein Toter. Ein ausgebrannter Toter. Wo ist denn der nächste Ausgang? Oh, weit weg. Ja. Scheiße. Machst du was? Nein. Hört sich fast an, als wenn die von hier rüber schießen. Also hier, wo ich reingegangen bin, geht's nicht. Der Clou ist jetzt unter mir. Ich hab leider keinen... Keine Schlange. Nein. Ich auch nicht. Aber ich guck mal da in die Richtung, von wo immer geschossen wird. Hm. Scheiße. Und die jetzt? Also ne. Ne, mach nicht. Okay. Hier oben kann ich niemanden sehen. Hier gibt's auch nichts Tolles, um rüber zu gucken von da, wo geschossen wird. Oder danach da, wo geschossen wird. Ich glaub, ich hab ne Kuh gehört. Hä? Oh Gott, hier geht's noch weiter runter. Ich denk mal, ich werd gleich so einen mega Schreck kriegen, wenn irgendwo einer ist. Ja. Hier liegt der Clou. Nehm das jetzt einfach mal auf. Und? Safe. Au. Die sind alle verbrannt hier. Die Gegner, die hier schon weg sind. Oh, jetzt kommen sie. Ach ne, hier oben waren keine guten Fenster, das ist doch scheiße. Oh ja, die sind ja schon nah dran. Ja. Einer hier vor uns und einer noch bisschen weiter hinten. Einer läuft irgendwie hier. Ja. Ja, ist unter mir. Unter dir? Also draußen unter mir. Also weg direkt neben dir. Läuft jetzt rein wahrscheinlich. Mhm. ist auf jeden Fall jetzt oben. Gut. Sehr schön. Und der andere ist ja weit weg, auf der anderen Seite. Versuch's mal. Bist du oben ja, ne? Oh, hat mich schon. Das ist ein Sniper, wa? Mhm. So weit wie der weg sitzt. Ich habe nur nichts zum Anzünden. Ich sehe natürlich nichts. Warte mal, wir bleiben einfach hier. So was zum Anzünden? Mhm. Ne. Vielleicht liegt ja irgendwo eine Laterne hier oben. Ja, liegt neben der Laterne, aber die ist zu weit weg. Okay. Ja, keine zum Schmeißen da. Ich habe leider nur noch eine Sekunde, ich bist mir nicht. Ja, kommt näher. Okay. Muss hier irgendwo sein. Ich glaube, genau, da liegt eine Laterne. Kommt jetzt nur nicht so leicht ran. Oh ne, die steht. Scheiß. Ich habe jetzt mal eine letzte Sekunde verbraucht, um zu gucken. Wo ist er? Ob er mir näher kommt. Irgendwo da. Also, ja. Ich ping jetzt am Gebäude. Ja, da dahinter, ja. Ja. Aber er hat einen Sniper. Wenn ich jetzt gucke, bin ich tot. Alter, es gibt hier echt nichts. Ach, das ist ja auch ein Scrappy Compound. Ich brauche hier gar nicht suchen. Achso, okay. Da müsste ich ja weit nach außen. Ich tue mal so, als wenn ich wegkann würde. Ich kann hier von denen noch eine Sekunde holen. Ich gehe mal kurz hier zu dem Wagen. Vielleicht steht da ja eine Laterne rum. Ich muss jetzt halt nur mal eine Minute aushalten. Probier's. Ja, da steht glaube ich eine. Ne, ist auch wieder nur eine, die hier an und aus machen kann. Ja, komm. Nehmen wir die. Ja, ist jetzt hier bei mir die Gästen. Oh ja, der ist ganz dicht dran bei dir. Lassen sie mich durch, ich habe die Laterne dabei. Ja. Ja. Ja, heißt es bei dir oben drin oder draußen? Uh, da hat mich richtig hättet. Ist draußen, ne? Mhm. Hat sich auch hier hättet. Ah, jetzt höre ich ihn. Jetzt höre ich dich. Aber das ist auch noch weit weg wieder, ne? Oh, er kriegt Hunde. Und hat... Kann nicht sein. Trot... Das... Ich habe den die Viecher zugeschmissen. Und da... Naja, der hat auch die... Oh, Alter. Gibt's doch nicht, oder? Beide tot. Ich glaub's nicht. Alter. Alter. Alter, was war denn das für eine Hebelwirkung? Das sah ja komisch aus. Ja. Da kommt keiner raus aus der Ruhe. Du bist, das ist das für eine Hebel. Dämmere, die Leibkunft, die Leibkunft, die Liedernurin Dämmere, die Leibkunft, die Leibkunft, die Leibkunft und Anerkennung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020